Songs, die Künstler heute wahrscheinlich sehr bereuen. Part 1. UFO-361. Hört einfach selber. Friday Night, alle Chicks sind High-HR-Dicker, ich hab' meine Klick mit bei. Dieser Song ist für die Ladies, dieser Song ist für die Ladies. Ich will sie mitnehmen und weiß, dass es sicher klappt. Mitternacht um vier Splitter nackt, mach die Bitch gleich klar.